Was geht ab Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Battlefield 1. Wir spielen den Modus Eroberung diesmal. Es hat folgendes, ich habe eigentlich vorgehabt, wartet mit euch auch bei Rush jede Karte von den neuen zu spielen. Problem ist, die Server sind halt dafür noch nicht da. Das heißt, es gibt Server, ganz klar, aber die sind einfach leer. Du blödes Arschloch mit seinem blöden Flugzeug. Ja, auf jeden Fall, deswegen macht es das Ganze ein bisschen schwieriger. Soll heißen, das ist nochmal eine gezielte Map und die anderen werden dann denke ich mal bei Rush nach und nach folgen. Der ist ausgestiegen. Wir verlieren Einsatzziel Berge. Wir verlieren Einsatzziel Berge. Also hin. Was? Ich Chameleon. Zu hektisch einfach. Zu kopfvisiert. Fokussiert. Ähm, ja. Schauen wir jetzt mal. Ja, also wie gesagt, ich werde die, ich werde sie aber dann auch betiteln und auch wieder mit Hashtag Flashback und so. Aber ich werde sie nicht mehr gezielt angehen. Boah. Wir verlieren Einsatzziel Berge. Ich verliere langsam meinen Willen an dem Spiel, du. Zwei Minuten ist schon 200.000 Mal gestorben. So. Ich brauche da nur noch diese fünf verfluchten Headshots. Das war ein Kopftreffer. Nein, ich brauche vier. Drei. Nein. Ich brauche nur noch drei. Oder. Wir haben Einsatzziel Albert erhobert. Nur noch drei. Albert gehört uns. Wem müssen wir holen? Ich möchte eigentlich gern bei den Kollegen spawnen, aber es scheint eigentlich ein Quiz zu gehen. Warten wir schon wieder los. auch. Ist gerade ein Haitus. Kadatta ist raus! Kämpfe runter! Warum hat sie das Ziel da? Hm. Ist halt keiner mehr zu sein, oder? Nö, laut Flagge nicht. Auf geht's in den Knerisch. Alter, ich bin fast tot. Über mir ging die Party ab. Hä? Was war denn nun? Im Kampf gefallen. Juhu. Auf nach C. Oh je. Alles klar. Ich komme hier nicht weg. Verfluchte Scheiße, ich kam noch nicht weg. Blöde Tabak. Quatsch. Alter. Da wäre eine Dreijährige hochgekommen. Ach, hört doch auf, Alter, wo ich immer spawne. Das ist nicht mehr schön. Scheiße auf diesen Punkt, da gehe ich nicht mehr hin. Nee, ich will da gar nicht mehr wieder leben. Auf nach A. C ist keine Ahnung, was da abgeht. Ach, ja. Wo soll denn der Panzer... Sein. Da hinten, kann das sein? Der K. Deco? Shit, man. Ja, das war jetzt, schau. Der Panzer, ich höre den. Ist das der da hinten? Ne, da ist einer von uns. Nein, was ist denn nun los? Hä? Was war denn das jetzt? Ich konnte mein Glück gar nicht fassen. Warum steht denn der eine da und guckt den nur blöd an? Auf nach E. Oh je. Seh nix. Wo ist denn der eine noch? Scheint weg zu sein. Warte, ja, ich bin drauf. Wir haben Einsatz, Silberta, verloren. Fahren wir los, oder? Okay, er scheint ein guter Fahrer zu sein. Bis jetzt. Und tot. Ich weiß zwar nicht, wie ich so schnell von der Gasgranate sterben kann, aber hey. Okay. Da war der Schimmler. Ich versuche mich mal nach C durchzuschlagen. Da habe ich schon den ersten Sniper. Alles klar. Okay. Ich krieg richtig den Arsch versuch. Der ist der Granate! Scheiße! Nein! Nicht getroffen! Ja, ich kann mich. Ei, 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 ei. Immer bin ich so kurz davor, einen scheißverfluchten Panzer zu holen. Wo ist er? Tot! Na toll! Irgendwie... Scheiße! Scheiße! Der war nicht gut. Treffer? Kein Treffer mehr. Ich hab ihn noch gesehen. Und tschüss. Wir haben die Oberhand. Halbzeit erst? Ja, da können wir ja noch was reißen. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Immer noch drei. Ja, da können wir ja noch was. Let's rush again. Boah, ist das ein langer Weg bis nach A. Ein feindlicher Behemoth ist unterwegs. So. Ich hoffe, er hält meinen Arsch frei, weil ich halt seinen frei habe. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Ein feindlicher Behemoth ist eingetroffen. Okay. Scheiße. 58, 73. Ah ja. Naja. Nicht unsere Runde. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Granate ist raus, aufpassen! Granate ist raus, hohe zu! Vorsicht Jungs, ich hab ne Granate! Fuck! Ich hab's denen so richtig gegeben, dem Panzer. Boah, der Behemoth ist da oben, Alter. Da will ich nicht mehr hin. Das ist so zum Kotzen gerade, ehrlich. 30, 45, 40, 48, 35, 46, 45, 46, 46, 0. Ich musste das rausreinha cosine, um das Busch aufじон. Es war mit einer льigen Bezug auf den involvement. Masch eine Lille, die appetite zu machen. Also geht es sprung um den Mann. Leistung! scheiße wir haben es beide nicht gecheckt man kann nicht mal glück kommen wir haben einsatz ziel david verloren ja caesar jetzt auch Okay, wohin? Ich laufe dem einfach mal hinterher. Ich glaube, zu unserer Rechte ist der feindliche Behemoth. Wir verlieren Einsatzziel Bertrand. Attacke! Attacke! Ich brauche Munition. Oh. Oh, aber den haben wir fast down. Wir haben zumindest schon mal beschädigen können. Okay, auf nach A. Ne. A kannst du mir alleine holen. Ach ja. Unser Team ist irgendwie kein Team. Na endlich. Na endlich. Na endlich. Der ist auch down. Oder ist der noch da? Na. Wir haben Einsatzziel Werther erobert. Panzer gesichtet. Ha. Alles klar. Der hat ja eine super Reichweite. Hier. Na ich weiß nicht wo ich hin soll. Alles klar. Alles klar. Ja. Schauen. Oh meine Nase. So. mann was hätten das scheiß dinge aus mann scheiß auf den sani ich will den mir holen kommen was wolle weg weg nein 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 Wir haben ein Einsatzziel, Emil. Wir haben ein Einsatzziel, Cäsar, erobert. Ja und gewonnen, was geht ab. Wir haben ein Einsatzziel, Emil, erobert. Wir haben ein Einsatzziel, Cäsar, erobert. Prosi. Yo. Sieg. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Supportet das Projekt. War ja jetzt nicht so die Mega-Runde, aber so haben wir wenigstens mal ein paar Sachen gesehen. Wie die Karte aussieht, wie der neue Panzer abgeht, der Behemoth oder wie auch immer. Ja. Und knapp 10.000 Punkte sind nicht schlecht. Allerdings, meine KD lässt immer noch zu wünschen übrig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.